Guten Tag und Willkommen zu einem neuen Part von LS15. Wir sind jetzt bei den letzten Parten hier auf diesem Feld. Für das Stroh. Und dann geht's auf das andere. Hallo, nicht die Hälfte liegen lassen hier, fahr geradeaus. Ist das viel? Geht. Ne, das wird hier kein Kartoffel. Ich muss erstmal ein Feld testen. Dann sehen wir weiter. Wie viel PS brauchen eigentlich die Erntemaschine? Für Kartoffeln? Weiß ich halt gar nicht. Na, wenn nicht, muss ich mit dem großen machen. Ich guck mal. Ich gucke mal. 110. Schafft auch der. Ja. Ist doch gut. Dann kann man den hier für sowas hier benutzen. Weil jetzt alles viel schneller geht. Weil jetzt alles viel schneller geht. So. Ich, wie ihr wisst, oder weiß nicht, ob ihr wisst, ich nehme ja immer vier Parts gleich hintereinander auf. Weil ich vier Parts hintereinander rendern kann. Gleichzeitig, meine ich. Und das ist schön. Stroh bringt, glaube ich, nicht viel zu beim Verkauf, ne? Ich glaube nicht. Stroh bringt, glaube ich, nicht viel zu beim Verkauf, ne? Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Oh, der Ratsch ist schon wieder voll. Und der Grober ist fertig. Ich guck mal. Ich guck gleich aufs nächste Feld. Ich guck mal. Erzählung ist uns auch gut. Dann stehst du genau richtig. Den mal schnell an die Seite fahren. Und den schnell fertig bringen lassen. Na, schaffe ich die Bahn nachher? Haben müsste aber eigentlich. Oder? Nee. Nein. Egal, dann lasse ich die nächste Seite. Den Rest. Das ist ja kein Beinbruch. Der ist auch schon richtig weit. Muss ich gleich düngern? Düngen, nicht düngern. Junge, Junge, Junge. Hier muss noch Wasser rein. So viel Arbeit. Ups. Richtig gut, Stroh. Was wir haben, ey. So... 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 Machen wir schon nochmal schnell Wasser. Der Anhänger, Alter, der Kipper ist auch gleich voll. Aha, war ich noch nie so gesehen, auch nur Relife nicht. Vier Reihen macht der, ne? Ja, eins, zwei, drei. Ja, Mann. Sieht man ja auch hier oben, ne? Ups, feiter knapp. Füllen wir schnell mal hier das Wasser. Ja, ich bin ja auch lustig. Ich habe ja gar keine Tiere. 18, huu. Egal. Das hier keine Mischstation mehr ist, ne? Ich bin so dumm, ne? Über die Gegend. Moment. So, dann fahren wir den nochmal schnell weg und dann müssen wir das Geld eigentlich haben. Nein, bremsen. Dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, außer wieder Heu, äh Stroh zu farmen. Aber ist ja nicht weit weg. Und voll. Das wäre doch richtig cool. Vielleicht schaffen wir es sogar noch in diesem Part den Erdler zu kaufen. Das wäre doch richtig cool. Oh Mann, ich bin so hebelig, ne? Auf mein Nordrecht, ne? Auf mein Nordrecht, ne? Na? Ich freue mich schon, ich freue mich schon. Aber ich, ich will euch nicht nerven. Und, ich bleibe mal gucken gleich mal. 27. Ne, hat noch nicht gereicht. Hat noch nicht gereicht. Aber nächste Tour. Guck mal, der steht immer hier oben. Das hat lange nicht mehr geleicht, ne? Klopf, klopf, klopf. Und dann... ...so. Dann ernte ich das Ding hier noch. Muss ja richtig viel ergeben eigentlich. Naja, der Ertrag erheblich erhöht wurde. Und da sehe ich auch gerade. Der Fahrt ist wieder vorbei. Deshalb guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung. Dort ist Twitter und Facebook verlinkt. Und... Also der Sendeplan ist auch unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann wohl im nächsten Part. Tschüss, bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.